Fier, fest! Feliz Día. Ich glaube, in meinen Namen und in der ganzen Kommission, ich möchte, dass wir uns weiterarbeiten, wie wir hier sind, dass wir uns ein bisschen mehr professionell haben, dass wir uns immer wieder capacitieren können. Ich bin ein Ergullo, dass wir uns immer mehr sind. Ich möchte, dass wir uns weiterarbeiten, dass wir uns das beste für unsere Gemeinschaft haben. Und dass wir heute einen schönen Tag haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020